Herzlich Willkommen bei Benefiziert. Pokémon Pocket wird eine Kombination sein aus dem normalen TCEG, aus dem normalen Kartenspiel, wie ihr es kennt, und aus meinem ersten Spiel. Der Unterschied liegt daran, dass ihr keine sechs Preiskarten habt, sondern ihr habt Münzen, drei Preismarker. Und die gilt es zu gewinnen. Das heißt, das Spiel geht schneller, weil ihr nur drei Pokémon besiegen müsst. Außerdem ist die Bank ein bisschen anders. Das heißt, ihr könnt nicht fünf Pokémon auf eure Bank legen, sondern nur noch drei. Somit geht das Spiel schneller und ist so eine Art kleine Turbo-Variante. Außerdem, wie ihr hier seht, habt ihr auch eine Lebensanzeige. Das heißt, ihr seht, wie viel KP- oder Kraftpunkte von den Pokémon sozusagen schon besiegt worden sind. Außerdem, dass es eine Kombination ist, aus meinem ersten Spiel und dem normalen, ist es auch einfacher. Das heißt, wenn ihr das hier gespielt habt, im Anschluss, sozusagen für Einsteiger, dann ist das die nächste Stufe, das Pocket. Und somit ist es auch was für Eltern, die sonst keinen Plan haben und neu einsteigen wollen, oder halt wirklich für Neuensteiger. Außerdem könnt ihr hier natürlich Booster öffnen und eure eigenen Decks zusammenstellen. Ihr kriegt täglich zwei Booster kostenlos. Und außerdem könnt ihr auch mit anderen tauschen. Bei den Pokémon könnt ihr sehen, also jetzt gerade anhand von Klurak, dass die KP weniger sind. Also Klurak hat normalerweise um die 330, 320 und hier hat er nur 180. Außerdem sind die Angriffe vereinfacht und auch deutlich schwächer. Hier Schlitzer zum Beispiel zieht 60 ab und der Feuersturm zieht 200 ab. Natürlich vier Energiekarten, aber es fügt nur 200 zu. Außerdem seht ihr, die Pokémon haben normal ihre Rückzugskosten und die haben auch eine Schwäche und können bestimmt auch eine Resistenz haben, aber dann nur von weniger, also nicht mehr mal, sondern nur noch plus 20 oder so. Bei den EX-Pokémon wird es wieder so sein mit der Sonderregelung, dass wenn ihr es besiegt, ihr nicht einen Weißmarker bekommt, sondern zwei. Das heißt, somit ist das Rucki-Zucki-Rum-Das-Spiel. Und das kommt dieses Jahr noch raus. Ziemlich genial und ich werde das auf jeden Fall mal testen und bin mega gespannt. In der Video-Überschreibung stelle ich euch das rein. Guckt euch den Trailer an, der ist echt cool.